MikroTown so überall wird was geklopft und hier sehen wir auch da kriegen wir auch das mit wo was fertig wird na wie sieht es denn hier aus da ist ein Teil fertig von 2% da ist was neu oder ne oder doch weiß ich nicht und wir können hier sehen was die haben und was nicht Closing fehlt Medizin und Availability haben wir eigentlich noch Möglichkeiten was zu forschen nein wir haben alles durch naja gut dann machen wir wieder schneller naja jetzt wird da geklopft da läuft auch schon einer hin überall wird geklopft mal ab und an ist der neu oder nicht ne ich glaube der ist nicht neu ja der muss ja schon bald fertig sein da fehlen jetzt nur noch die Steine die Steine bringt keiner rum ich weiß nicht warum zur Zeit wird Holz ohne Ende gemacht die vier hier zum Beispiel warten wahrscheinlich nur noch auf Stein jetzt ne jetzt geht's da mit Holz weiter da ist jetzt glaube ich Stein angekommen kann da sein Holz ist da durch da kommt auch ein Stein oh hier oben ist was fertig der Schneider ne ja ja ist der schon äh ausgewählt oder der muss da auch noch was haben mhm Tools fehlen dann da hier stehen auch Leute rum jetzt wird da auch geklopft ich glaube jetzt kommen auch welche mit dem Stein voran warum die Steine nicht sofort gebracht wurden weiß keiner ne also die müssen wohl erst das Holz arbeiten machen und dann kommen die Steine weil erst macht man das Fachwerk und dann fächert man da aus oder vielleicht ist das so keine Ahnung könnte sein muss aber nicht ah guck mal hier sind schon ein paar Gerätschaften fertig aber die Firma äh die Firma sag ich schon die Dingens die das Werk dazu fehlt noch ne ja hier steht auch einer das heißt da ist wohl nicht mehr 2% sondern vielleicht 4 und 3% ok die Schmiede ist wie bekloppt da oben am arbeiten da sind jetzt glaube 4% passiert ja irgendwo noch was fertig ich seh nix doch hier dieses ist auch fertig gem was konsumt ok dafür brauchen wir das hier wahrscheinlich oder das ist übrigens der schneidetisch nähtisch oder schneiden weiß nicht das ist übrigens nähen ne ok ok ah da oben ist ein weiterer hingekommen der da jetzt ist Storage Option mit 10 ok aber irgendwie fehlt da ist auch was fertig das ist auch fertig ok passiert denn hier schon was nö fehlt ja auch noch die Hütte ist auch fertig geworden dann und das ist alles da ne gem ok hier ist der glaube ich hinzugekommen oder fürs Fleisch achso da können wir mal reingucken ob was drin ist sehe ich das achso hier zurzeit ist da nix drin weil es wahrscheinlich direkt sofort gebraucht wird auf dem Markt da ist Wutz leer ne hier wird kräftig gearbeitet 5% tja die sind alle beschäftigt mir fehlt es ah ne doch oder hatten wir es eben schon ne hatten wir noch nicht ne aber sie sind auf jeden Fall kräftig am arbeiten hier naja mhm da bringt einer kaum das Brot hin dann wird das schon abgeholt ne Foodstall er läuft unten wobei ich es da wahrscheinlich hin er ist weg dann kommt schon einer und ist es auf oder jo der unten wird weiter geklopft ah da ist der nächste fertig alles klar ist denn hier was drin ne ne hier ist nix mehr geworden hier ist nix mehr geworden sind alle kräftig am arbeiten aber das ist neu ne ne das ist alt äh ich glaube jetzt ist hier einer mehr geworden ne ok der ist auch fertig geworden haben wir gerade passend genommen hier unten ist der dritte dazugekommen das war wahre hier ist auch einer mehr geworden ok den hatten wir dann schon oder ah da geht aber was gemacht gerade oder was macht der denn da ah das geht relativ zügig ok ok was macht der denn da war das schon da ok war das schon da da fehlt noch was ne ja hier wird gerade gearbeitet ja wie weit ist das denn jetzt hier 10% schon ne ne sieben ja die bringen alles schön was rum und das wird geklopft und getan und gemacht oben hatten wir auch noch ein paar Felder ne oder müssen wir da oben nochmal gucken ah hier ist auch was fertig geworden ach der glasbläser ok hat er auch gerade gemacht der hier brick molder läuft brickworks läuft auch der brandofen ist auch da ist auch was drin und läuft und hier sind wir auch mit der brickyard zugange das funktioniert also auch hier ist fertig also hier läuft auch alles das heißt da wird auch was produziert ja passt da oben läuft es auf jeden fall hier ist fertig der bereich hier ist unser hauptzentrum da müssen wir wieder schneller laufen hier ist noch was zu bauen und da unten auch noch ne hier ist noch ein bisschen tiefer so hier fehlt es noch an einer stelle stein fehlt da vor allem ist jetzt nicht so das was man unbedingt braucht hier ist aber auch noch was da wird fleisch hoch gebracht und schon wieder weg die ersten tun so gut ne ja spinning null ok ist er das gerade gewesen der fertig ist ne ne oder es ist ja nur noch hier unten einer achso und da links sind drei jetzt doch drei eins zwei drei und hier wird aber geklopft noch ein steiner ist das hier fertig ne keiner bringt den stein vorbei da ist glas gebracht worden ist das hier eingelagert ok wie viel achso da ist es dort ja 8 von 64 ok das sind ein paar mehr aber glas wird auch hier gebraucht oder ja da sind wir natürlich schon bei 15 prozent das ist schon mal cool was haben wir hier Buchbinder Buchbinder ja es geht also voran hier fehlt noch ein stein ne bringt den mal einer dahin damit er fertig wird oh da hat einer gerade hier einen reingelegt da sind die steine ne aha da ist jetzt hier unten fertig gerade geworden was lagert der ein firewood ok das heißt es geht jetzt hier weiter wir brauchen nur einen ach das ist nur eine straße die da gebaut wird ok wenn das nur straße ist ist das eigentlich ziemlich egal ich dachte hier werden Gebäude gebaut ist gar nicht so naja das kriegen sie dann auch noch fertig das heißt Gebäude sind glaube alle durch bis auf hier unseren Palast unser Monument und da werden gerade die strahlen da gebracht vor allem 25% das ist im Viertel hier läuft gerade Glas rum und das wird hier ins Warenhaus gebracht 12 von 64 was brauchen wir denn hier noch achte also insgesamt eine davon wird gerade gebracht naja kann wieder klopfen ja gehen wir gerade ein Stück höher gucken wir uns das so an die straße wird links nicht fertig weil gebrannte steine dafür fehlen ne naja da kommt wieder ein stein 5 oder so brauchen wir noch kommt gerade wieder einer 4 4 4 und kommt da noch einer ne müssen ja noch 3 sein keiner wird gerade transportiert steht da kann mal einer die 3 Steine da noch hinbringen kann mal einer die 3 Steine da noch hinbringen aha da geht es wieder da kommt da der Stein noch einer noch einer ne ist schon fertig oder ne einer fehlt noch oder ne ok sieht eigentlich so aus als ob da noch einer hin muss aber ist wohl nicht so so Bricks fehlen jetzt heißt priority machen wir doch mal da kommt ich wollte gerade sagen da kommt Glas aber das ist dem nicht so ja jetzt kommt da Glas gerade einer da da kommt es wird verarbeitet noch 17 Fällen da wie viel 50 Bricks bauen ok das ist natürlich eine Nummer ne hm 17 17 Glas werden noch gebraucht ah da ist gerade ein Brick gekommen der nächste da kommt wieder einer mit dem Brick da kommt wieder einer mit dem Brick aber der wird gerade runter gebracht ins Lagerhaus oder so ja 42 Lager Ware für Brick wird noch gebraucht und 17 Glas ja das tut sich natürlich schwer jetzt naja das tut sich natürlich schwer jetzt wie viele Bricks sind denn da jetzt schon drin oder wie viel Glas ist hier irgendwo war doch hier Glas oder da ist das Glas 17 sind da drin und hier sind Steine 8 warum werden die von da nicht einfach da hingebracht das ist für mich jetzt unerklärlich ja große Priorität haben wir ausgewählt passiert aber nichts hier schmeiße ich jetzt einen raus noch und hier auch hier gibt es Essen und so und Fleisch und sind alle nicht ganz zufrieden hier kann auch noch einer weniger oder auch zwei und dann kriegen wir es dann hier ein bisschen schneller will ich mal hoffen 41 17 ne das ist doof das da geht nichts voran ne hm da kommt jetzt Glas lass mal oben nochmal gucken ob wir da irgendwie Prioritäten setzen können hm sind Töpfernfällen Werkzeuge und hier Leben ok hm schwierig wie sieht es aus zwei werden gebracht das ist schon mal cool dass zwei jetzt gebracht werden gleichzeitig hier wird auch einer gebracht ok dann geht es ein bisschen schneller mit dem Monument oder da werden sogar drei gebracht ok 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 da wird abgespeichert 6 und 14 ja das sieht ja schon ein bisschen besser aus ne oder nur 30 davon ok in der Reihe werden gerade gebracht ok 4 1 2 3 4 ok jetzt geht es da einer wird gebracht da wird auch einer gebracht ok jetzt geht es ein bisschen mehr voran bei unserem Monument 2 werden gebracht von 9 2 werden gebracht von noch 7 nötigen das ist schon mal cool 6 6 6 6 6 und still needed to be delivered 5 jetzt 4 ok Glas ist gleich ruhig noch 3 und die 3 werden auch gerade gebracht voll cool noch 2 noch 2 3 und werden dann 4 gebraucht wenn wir nur noch 2 brauchen 1 noch ok und das war's es werden noch 2 gebraucht und da passt was mit der Zahl nicht da ist dass da angezeigt wird ok 1 brauchen wir noch und jetzt sind es 20 jetzt fehlen uns hier nur noch 27 Bricks 1 einer wird delivered ja lange brauchen wir nicht mehr da ist das fertig ok da rechts kann man noch was claimen das sollten wir gerade machen aber das braucht da jetzt auch nicht so viel weil wir schon hier durch sind oder ja ok 3 zu 27 dann machen die hier nix was fehlt denn hier input ist kohle kohle zack bau da mal kohle ab da auch kohle und da bitte auch kohle wir brauchen kohle also das hier und ungebrannt da wird der lehm raus geholt ist auch gut was machen wir hier sand macht er hier potterray wir haben keine kohle aber die picken jetzt hier gerade kohle ab ne und er lief jetzt auch mit der kohle nach hier aber da kommt einmal kohle kohle passiert da nix ah die brauchen wir auch kohle fürs glas machen zack wir brauchen kein glas mehr dann machen wir das mal aus und hier ist an stort stort ok was macht er denn eigentlich hier ja ja und hier werden die bricks gemacht und die werden dann da gemacht und potterry brauche ich gerade nicht weil ich wollte jetzt hier definitiv die bricks haben und dafür brauchen wir mehr hiervon oder kohle da wird auch kohle gebraucht da nicht hier wird kohle gerade delivered da kommt sie auch hoch jetzt haben wir kohle jetzt kann hier auch was passieren oder nicht sieht aber gerade nicht so aus die kohle ist schon weg stort steht da ok läuft auf jeden fall was zwei kohle wird gebracht drei kohle kohle ist da jetzt brennt auch ein brick minimal ich glaube wir machen da noch was bau das mal schnell auf wird auch sofort gebracht hier wie wir sehen er bauts auch schon aber jetzt ist die hütte gleich fertig der open house ist da der hat gerade eingebrannt und da kann er auch ein brennen ok dann sind wir mit zwei häuslein da ok ich glaube wir müssen hier auch noch was machen das geht da nicht hin da oben geht noch was hin dann machen wir es halt da oben hin da wird auch schon gebracht hier fehlt es an materialien wie weit ist unten das ganze werk hier 18 nur noch ok das geht ja schon hier oben wird wahre eingelegt da kann gebaut werden und da wird gebaut das kann komplett fertig gemacht werden beide werden fertig da wird auch gleich der leben gemacht und hier sollte auch was passieren sehr schön so dann hat er vier stellen die er fertig machen muss hier passiert aber nichts da ist gerade kohle gekommen den rohen lehmziegel brauchen wir jetzt ja der ist gerade gekommen läuft also kriegen wir alles auf eine karte ja wo haben wir jetzt hier noch 16 jetzt wird gerade wieder einer gebracht sehr schön da ist einer auch unterwegs kommt runter und wird gebaut sehr gut 15 noch der nächste kommt aber der wird woanders hingetragen 15 still needed to be delivered einer läuft da ist er läuft quer durch den wald da 13 13 ok dann haben wir gerade geschlafen 12 sehr gut ist das auch woanders hergebracht worden ein stein da unten wahrscheinlich unser monument wird gleich fertig noch 12 stück das ist nicht mehr viel der nächste stein wird runter gebracht sehr gut einer mit aber achso da kommt er erst zwei werden gebracht steht da ok da läuft wieder einer runter da kommt einer das sind dann nur noch 10 oder da ist gerade wieder einer runter gebracht worden zum wahrenhaus noch 10 noch 10 noch 10 noch 10 9er ja 231 wir haben noch keine medizin gemacht und noch kein bier gemacht sehe ich gerade wo habert denn das dran haben wir da irgendwas vergessen zu bauen das haben wir alles das ist alles durch das haben wir auch alles das haben wir hier potter carpenter smith das ist alles vorhanden hyperlist haben wir hier haben wir die überhaupt ne mach das mal da hin und das macht da hin haben wir was zu tun ah taverne haben wir eine taverne sieht nicht so aus oder da brauchen wir erstmal materialien bei der taverne was haben wir hier library monument und das sind die straßen was braucht denn die taverne am ende gute frage ne das haben wir hier planken werden auch schon gebracht und steine wie sieht es hier aus noch 8 ok da wird schon dran gearbeitet stein wurde auch gerade gebracht holz ist schon zur hälfte da taverne wird schnell fertig so wie es aussieht nur prior von taverne noch dass die fertig wird vorher medizin ist die nächste frage ist das der herbalist ne gardner farm so hier ist noch nicht fertig ne kneipe machen sie schneller ist wichtiger so kneipe ist schon da mit input und ja wie das hier geht keine ahnung jetzt stock this slot is not stocked wer macht denn das bier wo gibt's hopfen das war hamf weizen 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 bier gibt's natürlich auch hm hopp so da sind die verschiedenen ne hamf haben wir das denn hier angepflanzt weiß ich jetzt gar nicht ob wir das haben wir können das aber mal machen so scheinbar haben wir das gar nicht ne und hier fehlt doch bestimmt auch was oder ich glaube das haben wir alles gar nicht hier gemacht das gibt's noch mehr ne jetzt haben wir auf jeden fall alles da jetzt haben wir auf jeden fall alles da jetzt mal gucken output items ne hier passiert noch nix aber hier wahrscheinlich ist gleich fertig letzte stein wird grad gebracht keine ahnung wo aber irgendwo da ist das monument fertig und das ist ja das ziel der runde oder da haben wir die medizin und das bier nicht geschafft aber das ist auch halb so wild dann ne da haben wir aber alles gesehen I still need it Kniper passiert nix ne ja ja blut von barley and water barley ist glaub hier jetzt so nah ja ne da ist barley das fehlt uns noch deswegen haben wir das nicht jetzt kommt hier aber der letzte break und das war's also mein objektiv total world world time 3 stunden 25 min ja gerne ne super spiel finde ich hat er gut gemacht kann ich nur ne kaufempfehlung rausbringen microtowns ist bestimmt ganz interessant wird ja auch noch weiterentwickelt ist ja noch lange nicht fertig kann ich also nur empfehlen macht ganz viel fades für zwischendurch mal ne runde ja schaut euch an habt ihr ja vielleicht auch die ganze folge geguckt bzw ganzen folgen und ja würde ich sagen sind wir hier jetzt erstmal mit durch ja guckt in anderen projekten rein macht ein abo wenn die folge euch gefallen hat gibt einen daumen hoch und glocke dann kriegt ihr die videos mit und kommentare wie immer herzlich willkommen schreibt was rein alles klar bis dann tschüss